Von der kurzen Seite aufgerichtet zu, Anfang rechts dreht, links marschiert, auf, Marsch, Anfang, halb, Junge, Abteilung zu einem Rechtskrecht, ab, im Arbeitszimmer, auf, 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 b, Anfang, halb, Wolde, rechts, 10 Meter, die Mittelpunkt, eine Pferdlänge geradeaus, danach, Anfang, halb, Wolde, links, a, Abteilung, Schritt, die Mittelpunkt, die Mittelpunkt, durch die halbe Bahn wechseln, e, bei Erreiten des Rufschlagens, Abteilung im Arbeitszentrum, H, Abteilung im Arbeitszentrum, Galopp. Auf den Mittelpunkt geritten, einmal herum, das Bein zwischen D und D überschreiten. D, ganze Bahn. F, vor der kurzen Seite, im Arbeitszentrum, ab, H, M, will die ganze Bahn wechseln, dabei will sie verlängern. Am Wechselpunkt, Arbeitskraft, C, Abteilung im Arbeitszentrum, Galopp. Auf den Mittelpunkt geritten, ein, ein, halb Mal herum, zwischen E und D bis E, die Galopp-Sprünge verlängern. D, Abscheidung im Arbeitszentrum, ab, und dann zu Bahn. D, auf dem Pferde gesitten, dabei leicht graben und Zügel aus der Hand kauen lassen. D, ganze Bahn, Zügel wieder verkürzen, auswählen. H, I, F, die ganze Bahn wechseln. A, von der kurzen Seite auf die Lichter zu, Anfang rechts dreht, links marschiert auf, Marsch. Anfang, A, Grüße. Im Mittelpunkt, am langen Fugel, die Bahn verlassen. 등 2 x d